willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem donnerwetter ist meine brille dreckigen dreckigen torsten also meine brille ist dreckig nicht der dreckige torsten auch die sache von gestern leute das dürfte nicht so ernst nehmen so ernst habe ich das auch nicht genommen es war einfach nur eine feststellung ohne namensnennung und wer war es doch mehr war es gar nicht sollte auch kein beef darstellen oder hate oder was auch immer ich glaube ich habe das ich glaube ich habe ich glaube ich habe darunter sogar sogar ein like gegeben weil ich halt so gut fand aber das alles schnee von gestern wir sind ja noch aktuell im ck und der gegner greift noch mal so ein bisschen an aber ich glaube das ding hier ist durch und wir haben noch mal einen schönen 30er klarkicke gespielt bei den herausfordern hat mich auch unheimlich gefreut dass wir das ganze noch mal ganz ganz gut durchgezogen haben so ein bisschen so als als kleines training für die für die clanliga und auch ob unsere komischen bases halten alter das ist ja so ein uralt design hier ich wollte gerade sagen dass aus den 90er ist es natürlich nicht aber da müssen wir mit dem affen mit waffen noch mal reden ob der nicht auch eine normale base hat wie man sie eigentlich so ein bisschen heute hat so ein bisschen anti anti zwei stellen würde ich mal so sagen ich meine es wird jetzt anti zwei sind wir ganz ehrlich das schafft der rathaus ist es ein 11 11 da schafft er aber jetzt ja auch nicht mehr mit seinen paar drachen denke ich mal ich glaube dass ich will mich nicht ganz aus dem fenster lehnen aber ich glaube dass das wird er nicht ganz schaffen und jetzt habe ich da meine kamera ausgemacht schade entschuldigt bitte und ihr seht das aber auch im hintergrund ich bin heute mal ganz ganz normal so ein bisschen da aber so sieht das eigentlich minder und aus alles ein bisschen grün ich bin glaube ich weiß noch jetzt ein bisschen zu dunkel bin ich habe mein ganzes licht da hinten abgebaut weil ich da mal wieder ein bisschen amalogen bin in der ecke und aber so seht ihr wenigstens mal wieder ein lebenszeichen von mir ist ja auch nicht so schlecht und das ist auf jeden fall eine schöne verteidigung mit 91 prozent gewesen also tolles ding hier aber ich hatte euch noch mal ich habe es heute eigentlich habe ich heute erst geblickt eigentlich auch ganz gut dass heute das update nicht kam denn auch wir haben noch mal wir haben noch einen angriff hier von miss marple oder marco wusste gar nicht was er mit der armee machen sollte und tatsächlich taucht die armee nicht nicht für diese base er hatte nicht ganz unrecht er hat er hatte nicht ganz ohne leute ist ein dip hier er musste er musste die truppen jetzt weg verfahren weil zweimal hier die base geklaut vielleicht wird es ja doch noch was gucken wir mal ob wann wann er jetzt den boot a ok der boot geht auf die auf die schlaue dame da und die bowler machen da zwar noch mal so ein bisschen aber ja das kriegen kann jetzt noch springen kaum macht den entferner weg jawohl da ist jetzt nicht mehr viel 1 15 das sieht noch ganz gut aus hier unten sind die bowler unterwegs und im moment tankt hier die holde kann auch noch gezündet werden und hat noch ein gut über das natürlich das ist natürlich super drei mauer brecher da noch eingesetzt na ja wohl kaum die bowler machen das da weg dass die kina reinballert ja wohl wunderbar doch noch so ein bisschen gerettet geht doch marco ich habe hier eben übrigens einen lupenreihen 99er hingelegt das lag daran dass ich da oben mal wieder tesla vergessen habe aber ist nicht so schlimm und ich habe echt gesucht meine meiner waren eigentlich fertig hier mit der base und da habe ich geguckt ich denke da stand dann schon 99 prozent und dann gucke ich so was hast du wo ist denn noch was und dann sehe ich dass der da oben hat er mich schön getrollt habe ich schön getrollt da oben mit dem tesla ich habe es auch echt nicht gesehen und ich hatte sogar nun dabei für extra so eine so eine geschichte ich habe den angefeuer auf diese base auch nicht gesehen aber der hier ist online troll tester den habe ich auch mitgenommen den hat ich wohl mitgenommen aber das hat er jetzt 15 wunderbar alles klar der dip ist gelungen hier 99 prozent saubere sache saubere sache und ihr könnt das hier sehen dass ich den kurz vorher angegriffen habe mit auch 99 prozent wo ist mein afa da ist er 99 habe den oberen tesla eben stehen lassen egal ich denke mal der ck ist sie durch schönes ding hier schöner 30er noch mal gewesen für die cwl aber was ich gar nicht gesehen bzw was ich so ein bisschen verkannte habe das sind diese tiers die es da gibt also das silvertier und das gold und diese gold tier also silber pass oder gold pass sie nimmt das wie es wollt und ich habe heute noch mal clash of clans hat noch mal so eine seite rausgegeben ich kannte die ich kannte die schon mal habe dann irgendwann nicht mehr wiedergefunden ich verlinke euch die unten mal rein da gibt es noch mal ein paar infos zu vor allen dingen den rewards und den unterschieden zwischen den meinen tiers ich blende euch das mal ein hier und ich muss sagen das ist schon das schon richtig nett also im silber im silber modus also wenn das direkt startet am 2. april scheinbar ja heute schon für euch für mich dann erst heute abend weil ich dann tagsüber zwar natürlich mitbekomme aber irgendwo noch nicht anspielen kann ist auch alles nicht so schlimm und ihr seht das hier ab wie viele punkten man etwas bekommen kann und ihr seht auch dass es wirklich durchweg in der in der bezahlversion jeden tag etwas neues gibt das finde ich echt krass ich meine leute clash of clans da geht auf jeden fall hast du das jeden tag zu tun muss halt nur 5,49 euro glaube ich investieren und aber ich muss schon ich muss schon sagen bei silber geht es auch ich habe erst gedacht naja silber so schlecht ist jetzt nicht wenn du so ganz aktiver fahren hat farmer bist dann musst du diese über ressourcen eigentlich gar nicht haben weil die bekommst natürlich aus dem spiel dass das loten hört jetzt nicht auf es ist ja nicht so dass jetzt dein tagesding da machst und dann hurra ich kriege ja ganz ganz viel lot aber ich muss schon sagen jeden zweiten tag halt in der silber in der im silber pass etwas und was ich aber erst nicht geblickt hatte das war das war dieses bigger season bank das muss man sich freischalten dass man am ende die richtige bigger season bank hat aber trotzdem selbst wenn man sich das freischaltet ich meine hier auf die 740 sind es immerhin 10.000 dark elixier die man dann einfach mal noch mal so drauf bekommt das ist schon nicht schlecht muss ich muss ich wirklich sagen also gefällt mir eigentlich jetzt doch gar nicht so schlecht ich weiß kostet geld ist bucher ist geldmacherei aber donnerwetter ich das ich kannte so eine seite noch nicht wo abgebildet war was gibt es eigentlich also gleichen ersten tag eingeben donation ist finde ich super muss ich sagen finde ich wirklich wirklich gut und sei mal dahingestellt wie schnell oder langsam das dann geht ist das schon ist das schon eine krasse sache also das beschleunigt dieses game noch mal extremst glaube ich zumindest was die rathausstufen angeht ich hoffe nicht dass so viele dann trotzdem dann hoch raschen werden weil sie irgendwie nicht genug ihre helden haben aber die base schon 40 tage fertig dass ich glaube so läuft darauf ein bisschen aus und man kann auch man kann am ende der der seite sehen das seht das seht ihr jetzt gerade nicht das lese ich jetzt gerade noch mal ab silvertier free es gibt also fünf potions und ressourcen innerhalb dieser range das seht ihr ja auch in dem bild und beim gold tier für 4,99 dollar ein skin ein game donation sechs potions vier runen ein book ein schurvel das ist diese komische schaufel mit der du die hindernisse wegräumen kannst 15 ringe es gibt ressourcen richtig viel und es gibt dann auch noch mal die 20 prozent research bild und trainingsbuße also um zu trainieren einmal um zu forschen und dann auch der boost für die gebäude ich hoffe das gibt es dann abseits also zusätzlich zu dem was es beim händler ja schon gibt und vielleicht noch ich weiß nicht fällt jetzt eigentlich weiß dass jemand fällt jetzt alles wirklich weg ich blende euch das mal wieder aus fällt jetzt eigentlich wirklich alles alles weg was wir denn da hatten also der händler glaube ich der fällt nicht weg der ist halt schon fester bestandteil dieses dieses games dass der die 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 gems so ein bisschen aus der tasche lockt und finde ich auch ganz gut auch wenn er für mich jetzt persönlich nicht immer was tolles dabei hat für den ein oder anderen der richtig gems hier ausgibt ist das natürlich sicherlich eine tolle bereicherung eine tolle bereicherung ist auch die armee hier mit der ich gerade kämpfe okay was mache ich eigentlich immer kaputt entschuldigt ich muss mal gerade auf diesen angriff raus denn dass das dunkle will ich haben ich mache immer den feger kaputt mache immer den feger kaputt und nie die luftabwehr manchmal schafft man beides aber da war jetzt gerade beides ein bisschen zu weit weg was habe ich hätte in einer klaren buch ein paar ein bisschen von dem und ich kann glaube ich hier jetzt so ein bisschen feuer auf mich lenken mit mit ihm hier dann gehe ich mal auf die erste luftabwehr hier drauf und auf die zweite luftabwehr auch mit meinen drachen oder hatte ich jetzt gerade nicht im fokus und jetzt gucken wir mal das war noch sinnvoll hier gleich zu anfang unsere unsere beiden wutzauber ein kriegen dass ich hier wenigstens ein paar drachen reinkriege dass die sonne bisschen richtung richtung mitte vielleicht fliegen da kommen kleines bisschen aber wohl gefangelt da ich sehe schon wieder schwarz da kommen bisschen nach vorne jetzt die beiden drachen an die mitte ihr müsst euch nur ein bisschen nach vorne bewegen genau nach vorne ja da ist der dunkle pot genau da wo ich jetzt hinzeige wunderbar das machen so auch und aber wobei stehen geblieben silver chest gold chest also dass das alles weg fällt jetzt die ganzen events hier die es noch so bei clash of clans gab also neben der neben der liga und neben den normalen clarking gab es ja immer jeden schönes event und das jetzt wirklich ganz weg sind und alles findet nur noch in den pass statt oder ob das trotzdem noch ab und zu mal kommt so ein nettes event ich sag mal bus für alle oder reduzierte truppen oder was auch immer und dass das jetzt nicht alles so in diesen pass reingeht dann ist es nämlich doch schon wieder geld schneiderei denn im silberpass hast du sowas natürlich gar nicht mehr da hast du das gar nicht mehr das hast du halt nur wenn du gold pass bist und ich denke mal ich werde mich auch nicht knausern lassen ich habe eben noch fünf beziehungsweise ich habe heute noch 5 euro 49 aufgeladen ich brauche die gar nicht aufladen ich denke mir mit meinem großen account gönne ich mir eigentlich alles auch so ein bisschen kinkerlitzken dafür ist es mal größer und mehr mein main account dass ich das da mache und ich denke in vorbereitung auf ratus level 13 kann man das ruhig mal machen es ist es geht es geht mir nicht um den skin aber ich denke mal es beschleunigt die ganze sache enorm und hier war ich jetzt noch gerade ein bisschen mit farmarmee von gestern übrigens nach wie vor unterwegs ist mir jetzt noch ein bisschen teuer vom elix her denn das elix brauche ich wofür das will ich euch gleich zeigen ich nehme aber jetzt mal erst mal ich glaube ich nehme die die halbteure event armee die sie gar nicht mal so schlecht aus 135.000 108.000 die ist am günstesten hier kommt wir nehmen die die mal am günstesten ist jetzt muss ich natürlich an ich wollte eigentlich kein kein zeug von dem ausgeben und was wollte ich denn eigentlich okay kommen dann ja gut und und ein halb ist egal gut ein halb also ist ganz ordentlich ich will auch den den klankriegs ausgang jetzt noch kurz mal mit 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 euch erleben und die zwei minuten die bleibt jetzt bitte noch daran das wäre fürchterlich nett also hier noch mal ein angriff auf inge auf miss mapel also der die mann gegriffen hat und immerhin einstellen schon mal im sack der gegner hier ich finde wenn wenn ein gegner nicht ganz so gut ist und unten waren die gegner unheimlich unterlegen in diesem klankrieg hier und haben dann auch nicht so wirklich gut angegriffen dann finde ich nicht nur dann sondern ihr wisst ich bin eigentlich immer ganz ganz fairer sportsmann hier wenn der gegner gut angreift der angriff war jetzt sicherlich nicht so gut aber ich meine er hat jetzt auch kein worden dabei wenn er dann ausbau ist der er oder sie keine ahnung dann zollt man dem trotzdem für gut sagt gut ab gegner guter guter angriff gute sterne und ich bin einmal ich bin eigentlich mal ganz ganz offen ganz fair zu allen auch wenn es einem manchmal wurde man möchte eigentlich sagen war der ich denke mal nur so in hohen dips ist das so aber ich denke mal das wird leider mal nichts werden und da ist er jetzt ausgelaufen oh ich habe es ja jetzt doch habe ich habe es eigentlich verpennt ich habe es eigentlich nicht verpennt doch habe ich habe ich doch ich glaube ich habe es doch verpeilt na egal wir haben 83 68 gewonnen und das was ich eigentlich machen wollte ich brauchte unbedingt diesen bonus hier das heißt ich habe jetzt 55 millionen wieso habe ich denn jetzt eigentlich doch fünf millionen habe ich eben ich habe doch noch keinen bonus gekriegt oder habe ich jetzt ebenso viel loot geholt ich habe doch gar nicht so viel loot geholt doch 351.000 noch mal dabei wo das habe ich gar nicht gesehen gerade denn ich kann forschen meine forschung heute ist fertig geworden das waren die riesen und ich wollte eigentlich die drachen weitermachen ich denke mal die mal weiter diesen ganz gut nicht nicht nur zum fahren man kann damit auch angreifen man glaubt es kaum und deswegen habe ich die jetzt mal mitgenommen alle anderen sachen aber nicht wir werden eigentlich bei uns nicht angegriffen den ich jetzt mal wieder rauskicken muss hier noch kurz vor der liga ich glaube affe mit waffe hat einen nicht gemacht okay der einer ist noch zu verschmerzen da wird er interviewt redorf auch nur ein einige wandern auch enttäuscht okay einige wandern ich weiß gar nicht warum die sich dann keinen bonus holen wieso holen du wieso holen die sich dann keinen bonus wenn die hier unten sowieso am pennen sind okay er war grün glaubt es mir ich habe nur grüne ich nehme immer nur grüne mit hier außer ich sage es an dass es ein roter ist er kann auch trotzdem hier bleiben denn in der cwl spiegel als ratos 8 bei uns keine rolle und ich war mal kurz dass mir irgendein paar truppen gibt dass ich zumindest noch mal an angriff starten kann ui nett 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 hat jetzt ein bisschen gedauert lache einfach daran dass ich mir gerade mit dem avatar etwas in die klamourg basteln musste was das hier da gleich aber hier haben wir eigentlich ja war eigentlich mal das was ich mal ganz gut finde wenn das nebeneinander sage ich weiß nicht ob mein blitzer schon für ausreicht ich glaube mein blitz ich check es einfach mal ich glaube mein blitz reicht dann noch nicht für aus der muss ein level höher gehen ich meine ich habe ich habe zwar ein guter ich habe noch ein noch ein rüttler dabei noch ein erdbeben aber da kriege ich aber schaffe ich den feger nicht scheiße okay also blitz muss blitz muss ein hoch an der stelle so muss ich glaube ich machen naja so muss ich machen und bitte kein hate wegen der kamera ich habe jetzt einen schönen rahmen für euch darum gebastelt habe ich irgendwo noch gefunden eben aber jetzt mal mal sehen ich muss da wieder ein bisschen was ablenken glaube ich jetzt habe ich natürlich vier drei luftabwehren okay drei luftabwehren habe ich und ich gucke mal ob es das wirklich bringt was ich jetzt hier so in der clanburg habe drachen sind okay die drachen fliegen halt den helden erst mal hinterher die drachen fliegen erstmal den hellen hinterher und ich haue jetzt erst schon wieder alles raus hier und jetzt kommt hier der turbo drache also ich habe mir mal so ein elektro drachen gegeben in der regel in der regel kommen nicht nicht einmal zum schuss vor allen dingen nicht gegen den feger da muss ich jetzt schon ein bisschen bisschen heftig hier hier noch noch mal den wut reinbringen dass die wenigstens ein bisschen in die mitte gehen ich weiß jetzt gar nicht woher der dunkle woher noch ein pot ist und wo wir noch ein bisschen was reißen können aber der hat natürlich viele heal points auf max level und kommt lassen doch jetzt lassen wir so einmal schießen da ja 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 das ist wieder und okay mit mit drachen angreifen geht übrigens hier ganz gut an der maus da hinten ist noch der dunkle pot den würde ich noch ganz gerne haben die 7 und 9 wir können uns die denn zunichte machen hier mal sehen der darf jetzt nur nicht zum lager latschen da aber ich nehme mal an also doch zum armeelager darf er hat der rest ist mir jetzt egal und jetzt vielleicht hier kurz in der ecke einmal geguckt king einmal einmal so kurz in der ecke geguckt jawohl der macht das sogar die hören einfach ein und so haben wir den auf 79 da ist es noch so ein bisschen in der klanburg dabei habe ich sehe dass ich habe den elektro daran jetzt mal tatsächlich soweit dass er mal ein paar mal feiern konnte aber der geht doch noch ganz gut donnerwetter schön anzusehen der elektro da finde ich schöne animation auch und kann ja wohl noch mal schießen ich glaube ich einfach ein bisschen zu lange zum aufladen aber schade da noch ein bisschen was mit okay haben auf null gemacht hier zeit war auch aus also noch mal ein bisschen was reingeballert hier und jetzt geht es aber mit normaler farm army weiter ich hoffe die folge hat trotzdem ein bisschen gefallen ich wollte einfach nur noch mal auf die passes hingehen oder eingehen wenn ihr diese folge seht ist das update hoffentlich draußen ich hoffe es nicht nur für mich sondern natürlich auch für euch dass ihr euch auch ein bisschen darauf freut und ich werde mir das ganze am mittwoch so ein bisschen erstmal ganz ganz piano angucken am mittwoch am mittwoch am mittwoch am mittwoch am dienstag am dienstag ganz genau angucken dann werdet ihr das am mittwoch schätze ich mal irgendwo bei mir im video sehen oder auch im live stream ich weiß es noch nicht genau je nachdem wie ich mal wieder zeitlich unterwegs bin und wie gesagt wenn euch die folge gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke aktivieren dann verpasst du auch keine folge mehr und ich würde sagen auf das update bis dahin euer toto best